Südlich übernimmt Squad von Norden MSP reingefahren Äh, mal ganz kurz zur Frage, müssen wir dich immer noch um den Punkt verteidigen? Hier bei, ähm, Wienfeld Das wird jetzt verlassen, der Squad, der Commander meinte, wir sollen uns schon zurückziehen Verstanden Da Feindliches Allhatsack aufgeklärt Südlich von meiner eigenen Links angelehnt im Zuge der Straße Dort Waldbürste Wiederholen Südlich von meiner eigenen Ich befinde mich bei Stop Lens Südlich davon Links angelehnt an der Hauptstraße In der Waldbürste Mich jetzt erwischt Hans ist MSP im Nordwesten Was war das? Was war das jetzt? Was war das jetzt? So, Hauptmann Und Alle die noch bei Liedfeld sind Die rüber zu Point of Edge ist 40 Leute, wir bleiben Die andere ist kurz über, ne Die andere ist kurz über dem die Schützen greben Also alle rüber 40, ja Korrekt Infanterie ist sehr nah dem Punkt im Nordwesten Allerdings habe ich echt keine Ahnung Hier ist halt keiner Von uns Amg Hier dort Genau Da vorne Und Richtung Nord 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 Also wie gesagt, ich mache gerade Meddika 2 zum ersten Mal Das heißt, ich brauche die Leitung dann Ich brauche ein Fahrlänger ist das unser steilfeuer korrekt das ist unsere artillerie auf nordwestlich von rietfeld haben wir mehrere feinkontakte wir stellen uns ein bisschen auf dass wir hier den welt vor uns sichern können als feine vom norden kommen da müssen wir gleich achtsam halten hast du zielansprache für uns oder hauptschuss richtung irgendwas wir sollen einfach so lange wie möglich beschützen also wir sind die erste verteidigungslinie danach kommen die schützen geleben ja verstanden habe ich auch gehört bestimmen sie vier leute ok er hat sich 120 so jetzt einmal passt es auf nördlich von uns weil selber sind so feindliche infallisten wir halten jetzt so lange wie möglich auf gleich kommt verbindete artillerieinschlag wenn wir die genauer position wissen die Lita ist eingeladen auf meinen Sandhaufen. Alle zurück, Krizipoinovich West 8. Die kommen jetzt gleich schnell runter dorthin. Ich geb jetzt gleich weit in den Anschluss. Vorsicht, da ist Infanterie voraus in den Buschen. Da ist Infanterie voraus, hinter der Böschung da. Okay, gut drauf. Die rennen hier am Hügel entlang, Richtung zu mir jetzt. Das sind einige Gegner, sehen mich da nicht. Matic. Das sind einige MGs und anderer Scheiß. Eskalation. Kannst du eine Zielansprache für uns machen? Wir werden jetzt Unterstützung bekommen von Squad 2. Wir halten Position 8. Von der Winters 8. Benutzen Smoky ein und Granaten die ganze Zeit. Also, wenn ihr auf der Garde guckt, sitzt ihr neben dem Team von Lydfield. Ja, alter Moin. Bestanden, ich fordere mal schnell, alter Lady. Wir sind genauso am Rand zum Hügel. Wo es frei fällt, geht. Okay. Von meiner eigenen aus. Ich bin nördlich von dir, Sir Glieder. Von meiner eigenen aus. Die Stellung voraus. Ah, ich hab ihn gesehen. Ah, ich werd beschrieben. Ähm. Und zwar von genau... Süden. Feindliche Infanterie am MSP. Ich moin mich mal drum. Ich versuch's zurückzukriegen. Wohl von der MG. Wohl von der MG beschossen. Ah, werd immer auch beschossen. Ah shit. Oh Gott. Lass mich hier durch. Äh. Die Schiefer werden die ganze Zeit hier in das, äh, in das Hütchen rein. Dass man nichts beobachten kann. Gut, aber wir können auch nichts sehen. Okay. Der Feind ist ganz dicht an MSP. Wir müssen extrem vorsichtig sein. Auf meinem Punkt. Was ist MSP? Mobile Spawning Point. Der in DA 69. Da werden sie schon. Und der andere wird direkt reingeschaut. Ja, genau da. Der andere ist auch gut. Auf meiner Position ist ziemlich viel feindlich. Ich bin im Turm und richte mich jetzt Richtung Osten aus. Ja, da sind mehrere Infanteristen. Gleich markiert auf der Karte. Rein, Sperrfeuer. Ja. Ja, ich hab ein Magazin leer geschossen, aber jetzt haben sie mich hier gleich wieder. Also ich leb noch, aber ich muss jetzt mal kurz Pause machen. Ja, ja. Ja. Stuka. Ja. Ja, schoic. Ich bin da draußen, ich bin da draußen. Außerhalb der Kirche haben wir Feinde, kann das sein? Ja und er hat mich erwischt, ja ja die kommen aus Osten durch diese Felder, vom Wald aus. Denke mal da haben sie eine MSP. Wo ist denn unser MSP? Oh, der ist weg. Ja, genau wie es wird. So, man kann es sein, dass die ein bisschen viel MG spawnen? Ja, das sieht aus, dass die da irgendwas machen wollen, weil die... Hier wenn der Radioman mal zum Mander geht oder zu seinem Squad Lead, dann könnt ihr ja für 60 Sekunden einen lokalen Spawn Point machen. Geht nicht hin. Geht nicht hin. Segen geht nicht hin. Geht nicht hin. Duos Kind. Geht nicht hin. Geht nicht hin. Geht nicht hin. Untertitelung des ZDF, 2020 Nordwestlich eher bei den Böschungen jetzt Da, wo die Rauch schmeißen Verdammt Können wir Mörser anfordern? Oder Artillerie? Wahrscheinlich Weil wenn dann nach Nordwesten Da ist einiges los dann Wir haben keinen Oh come on Jetzt noch nice Ja, aber dann ist es wichtiger, dass wir jetzt schießen Dann machen wir es immer neu Ja, ne, Vorsicht Vor der Scheune gleich Gleich vor dem Eingang Vorm westlichen Eingang genau zu sein Dann 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 Das war's. Unsere MSP ist vernichtet worden. Er hat das neue Spot. Da müsste er jetzt durchhalten. Was macht das hier? 150. 150. 150. So Leute, ihr aushaltet so lange wie möglich drei Minuten. Floy! Ich hab wieder We-Störungs-Shit. Sehr gut. Oh. Oh. Eieiei. Gigi. Ja, gute Arbeit. Hervorragend. Hervorragend. Saugut. Gigi. Gigi. Gigi.